So Party People, was machen wir? Wir spielen jetzt. Okay. Was spielen wir? Spielen! Ich bin die Monopoly. Ich bin die Super Smash Bros. Uni. It's just a pure boy from a pure family. Sparing his life from his Monstrosity. Heute sehen wir die Schauspieler in ihrer natürlichen Umgebung. Seien sie nicht zu laut, sonst erschrecken sie die Leute. Hier sehen sie eine Jugendliche. Die Jugendliche Sabine an ihrem Handy. Bitte stören sie sie nicht, sie ist sehr schreckhaft. Läuft schnell weg. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Laura. Und wenn ihr euch fragt, was macht der Petunientopf eigentlich bei Querfeld an, dann bleibt dran. Weitere Infos findet ihr unten in der Box oder hier verlegt. Oder hier, ich weiß noch nicht, wie ich's mach. Wenn ihr mehr wollt, dann abonniert unseren Kanal, liked uns auf Facebook oder teilt unsere Bilder auf Instagram. Hier sehen wir den Mittelalten-Schauspieler, der es nie zu etwas gebracht hat. Peter Raffelseder. Ja, aber war heißen Spaß? Ich bin wie Gauder. Er ist wie Gauder? Mittelalter. Was ist das? Leicht. Veganer Gauder. Veganer Gauder. Wie Gauder. Ist das was? Ich hab verstanden, wie Gauder. Nein, ich bin mittelalt wie Gauder. Ach, du bist... Ich habe eine gewisse essbare Kruste. Willst du versuchen? Das Zeitalter des ewigen Lebens im Tod. Martin hat nun Platz genommen. Er bereitet sich intensiv auf seine Rolle vor. Was haben Sie, was haben Sie zu Ihrer Schauspielvorbereitung zu sagen? Kalte Pizza ist eines der Erfindung seit warmer Pizza. Sörenis, Martin, weiß wovon er spricht. Also beim Petunientopf geht es ja nicht nur um Kunst, weißt du. Da geht es auch um Gesellschaftskritik. Was hast du was? Penis. Die Frage ist, ob dieses Leben noch lebenswert ist. Inwiefern? Ich wollte immer für die Bühne leben. Was für ein Leben ist du? Bitte, bitte nicht reinsprechen, wir haben in den Versen. Security! Penis. Security. Und auch Penisse gehören zur Gesellschaftskritik. Gehören dazu, ja. Gehören auch zur Gesellschaft. Mein Gesicht wird immer mehr zur Maske. Nein. Ich stehe hier bei der Jungschauspielerin Sabine Schröder. Erzählen Sie mal was. Nein. Hallo. Vielen Dank für das Interview. Ja, das ist schön. Ich will mich umziehen. Oh, da dürfen wir. Okay, ja. Nein, nein, nein. Ich hoffe jetzt achtmal her. Den zweiten Teil gibt es nach 12 Uhr, wenn Schauspieler sich umziehen. Und jetzt könntet ihr mir helfen Bücher. Nella muss auch den Hund aufschauen. Wie viele andere denn? Wir haben. Kurz vor. Kurz vor nachhalten. Kurz vor. Okay. Ich bin nervös. Wegen was? Achso, wegen den 200 Leuten, die sitzen werden. Die dich judgen werden. Hallo. Hey. 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 Du. Du. Hey, du. Hey, du. Also dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin noch bis Donnerstag hier. Wuhuuu. Und cool. Jawohl. Super. Klasse. Das können wir. Wohin, wir hören alle. Wohin, wir können. Bitte nicht filmen. Tut mir leid. Also, nein, bitte. Hören Sie jetzt bitte auf zu filmen oder ich rufe die Polizei.